Aber dann baue ich gleich erst mal Dinge, die ich erst mal bauen kann. Weil ich hab keinen Bock, die ganze Zeit rumzurennen und nix zu machen. Ich bin jetzt eine Stunde unterwegs und mach nur... Sammeln. Leckuchen. Ich suche Kuchen. Okay, hab ich ja alles genug von... Gut, dann gehe ich jetzt erst mal ein bisschen los und baue ein paar Dinge, die ich dann auch bauen kann. Gut, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen los und baue ein bisschen los und baue ein bisschen los und baue ein bisschen los. Ach ja, die Dinger werde ich auch noch eben sammeln, so ein bisschen, damit ich da auch genug von habe. Gelbe und rote Blumen braue ich ja noch. Gelb habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Wo sind die Gelben? Da sind Gelbe. Da habe ich hier genug von, ey. Aber von den roten. Da fehlen mir doch garantiert noch welche. Ich dachte, ich hätte hier noch andere Bäume. So. Ein neuer Auftrag. Yay. Heute gibt es ... ... einen Tisch aus 15 Welpen für Püppi Plüsch. Aua! Ich bleib hier immer am Mikrofon hängen mit dem Kopfhörer. Ist doch doof. Uff ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020